General Ritter von Greif, ich erneine Sie hiermit zum Oberbefehlshaller der Luftwaffe. Zugrecht befördere ich Sie zum General-Weltmarschall. Eine große Verantwortung liegt nur auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkreppen. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. Das Leben vergibt keine Schwäche. Die sogenannte Menschlichkeit, das ist ein Geschwätz der Schweinepfiff. Mitleid ist eine Ursünde, ich sage immer Mitleid zu haben mit den Schwachen. Es verrat gegen die Natur. Das Stärke kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Ich selbst habe mir diesem eisernen Gesetz der Natur gehorchen, stets jedes Mitgefühl versagt. Ich habe die Widerstände im Innern, wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Die Affen zum Beispiel trampen in jeder Außenseite als Gemeinschaft fremd tot. Und was für die Affen gilt, muss doch in erhöhtem Maße für die Menschlichkeit. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Der Englische Rundfunk berichtet das. Himmler, unter all ausgerechnet Himmler! Der Treueste, der Treue! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Göring, ja! Er war korrupt, immer schon! Speer, ja! Ein weltfremder, unbereichenbarer Künstler! All die anderen, ja, 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 ja! Aber Himmler! Ja, ist das jetzt wahnsinnig geworden! Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Ja, vielleicht schon dort! Bitte! Lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Retscher ein! Und holen Sie mir, Fägelein! Herr Führer, wir wissen nicht, wo er sich im Moment aufhält! Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant, er muss zur Verfügung stellen! Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen! Ich will sofort zum Bericht! Sie bleiben, Doktor! Bitte! Sie und Greim müssen so bald als möglich aufbrechen! Fliegen Sie zu Deubitz! Teilen Sie mit! Er soll alles veranlassen, um Himmler seiner verdiegenden Strafe zuzuführen! Mein Führer! Ritter Greim und ich haben beschlossen, hier mit Ihnen in den Hut zu gehen! Ich danke Ihnen für diesen treuen Beweis! Aber Himmler muss sterben! Er hat Verrat geübt! Ja, und ich hatte Recht, ihn nicht in meine Pläne einzuweilen! Mein Führer! Ja, klappen Sie deine schaue Tatenlos zu, bis diese Judenschweine mich abmorksen! Dies alles ist Teil eines gigantischen Täuschungsmanövers! Ich habe den Feind tief ins Reich eindringen lassen! Er wählt sich bereits als Sieg, aber Sie werden sehen, Greimler! Es wird ein böses Erwachen geben! Der Nitz mobilisiert den Norden Kesselring im Süden! Wir werden den Feind in einer riesigen Zangenbewegung zerquetschen! Zugleich falle ich dem Russen mit drei Armeen, die bei Prag bereits stehen, in den Rücken! Ich hatte ja keine Ahnung, mein Führer, dass wir noch über derartige Reserven verfügen! Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greim in Kürze, tausende modernen Strahljäger zur Verfügung stehen! Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen! Man muss knien vor ihm, Genie, mein Führer! Und vor dem Altar des Vaterlands! Was denken Sie, Herr Oberst? Wir sollten gehen! Wohin? Weiß nicht! Irgendwohin, wo man uns braucht! Hören Sie gut zu wünsche! Ich werde mir, nicht anders als Fräulein Brauner, meine Frau selbst das Leben nehmen! Ich möchte aber nicht, dass meine Leiche von den Russen in einem Bannoptikum ausgestellt wird! Ich darf den Russen weder tot noch lebendig in die Hände fallen! Ich will sofort danach verbrannt werden und für immer unentdeckt sein! Göncher, ich nehme Ihnen das Versprechen ab, alle erforderlichen Vorkehrungen für die Beseitigung meiner sterblichen Überreste zu treffen! Mein Führer, das ist ein schrecklicher Befehl, aber ich will ihn ausführen! Du siehst! Es ist das Versprechen zu machen! Es ist ein ein Schreckliches Geheimnis, das ist ein Schrecklich für die Befehl, das ist gelaufen! den Kampf um Berlin fortzusetzen, obwohl eure Munition zur Neige ging und die Gesamtlage den weiteren Widerstand sinnlos machte. Ich ordne die sofortige Einstellung jeglichen Widerstandes an. Jede Stunde, die ihr weiterkämpft, verlängert die entsetzlichen Leiden der Zivilbevölkerung Berlins und unserer Verwundeten. Im Einvernehmen mit dem Oberkommando der sowjetischen Truppen fordere ich euch auf, sofort den Kampf einzustellen. Weidling, ehemaliger Befehlshaber des Verteidigungsbereichs Berlin. Bitte ein Glas Wasser. Untertitelung des ZDF für funk, 2017